In einer der letzten Ausgaben von drei Minuten Umweltrecht haben wir uns schon einmal mit dem Epidemie-Gesetz beschäftigt. Heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Verdienstentgangsersatz im Pandemie-Recht beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Grundsätzlich regelt das Epidemie-Gesetz aus dem Jahre 1950 nicht nur, wie mit ansteckenden Krankheiten generell umzugehen ist, wie Personen abgesondert werden können, sondern es sieht auch einen Ersatz des durch verhängte Maßnahmen nicht erzielbaren Gewinnes vor, einen Verdienstentgangsersatz. Im März 2020 wurde dem Epidemie-Gesetz beigeordnet, parallel ein eigenes Covid-19-Maßnahmengesetz geschaffen, das im Wesentlichen die gleichen Regelungsinhalte zur Maßnahmenverhängung enthält, aber keinen Verdienstentgang grundsätzlich vorsieht. Ist das verfassungskonform, ist die Frage, die sich natürlich einem Juristen sofort aufdrängt. Und die Antwort ist relativ rasch gegeben. Bereits im Juli 2020 hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, Grundsätzlich kann man das schon machen, grundsätzlich kann das verfassungskonform sein, wenn, und das ist das große Aber, ein Äquivalent dazu durch Förderungen, Stichwort Fixkostenzuschuss, Stichwort Umsatzersatz, geschaffen wird. Dieses Äquivalent muss ebenfalls in nicht diskriminierender Weise allen gleichzeitig zu ähnlichen Bedingungen wie nach dem Epidemie-Gesetz zur Verfügung gestellt werden. Was dadurch allerdings gleichzeitig passiert ist, ist ein Wechsel sozusagen vom öffentlichen Recht auf die rein privatwirtschaftliche Schiene. Während man nach dem Epidemie-Gesetz nämlich einen Rechtsanspruch, der auch den Behörden gegenüber verwaltungsgerichtlich durchgesetzt werden kann, gehabt hätte, ist das neue System in der Privatwirtschaftsverwaltung angesiedelt. Das heißt, es ist eine Art Fördersystem, wo man darauf angewiesen ist, als von der Maßnahme Betroffener, dass man eben die entsprechende Förderung auch bekommt, dass man gleich behandelt wird wie alle anderen, die um Förderung ansuchen, damit es eben diskriminierungsfrei ist. Und, falls den Rechtsschutz anlangt, man ist auf der Ebene der Zivilgerichte gelandet bei der Durchsetzung. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!